Mein Name ist Christian Hackenmüller. Bei den Fortfindern bin ich eher bekannt als Hacki. Ich bin der Präsident der Salzburger Fortfindern und Fortfinderinnen und Ampur zuständig für den ganzen Bereich Kommunikation. Also von der Werbung angefangen bis über Kommunikation am Lager bis hin zu Pressekontakten etc. Besonders gefreien Ampur tue ich mich vor allem darauf, dass jetzt endlich nach diversen Beschränkungen wieder einmal so viele Fortfinder auf Anhaufen sein können und miteinander Spaß haben können und viel Action erleben werden.